Jajaja Leute und Damen und Herren, herzlich willkommen hier zum zweiten Teil des heutigen Events, ihr merkt schon, alle Leute reden wieder wild durcheinander, aber daran habt ihr euch inzwischen ja gewöhnt. Wir werden verfolgt, wir müssen dann wirklich schnell raus. Oh fuck, wir ging dann so hart drauf. Und raus, raus, raus. Robber, du sagst an über Bravo. Jaja. Du, sehr schön. Das wird da riechen. Ich würde sagen, wie der Max deckt. Go, 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 go. Wer macht jetzt oben und wer macht jetzt unten? Bleib ich jetzt hier oben oder wer kümmert sich jetzt um da unten? Auch. Wenn der erste, der was abbekommt. Der war eine Clamer, das zählt nicht. Soll ich ein Geschütz setzen? Also ich setz auch eins, pass auf, ich setz hier eins hin für die zwei Türen hier oben. Bitte hoffen, dass es nicht nur von mehreren Leuten in den Rücken schießt, wie wir vorhin. Jetzt müssen wir noch irgendwas, wo ist denn da, ähm, was ist mit B, äh, A? Da müsste er eigentlich Bravo hingehen, wo sind Bravo? Ähm, teilweise so hier. Bravo, Bravo. Uh, nein, ich hab gesagt, go, aber du hast gesagt, go, aber du hast gesagt, go bei B. Ich hab' nicht gesagt, du sollst zu Bravo-Wegpunkt bein. A, 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 A ... A, 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 A. das müsse noch ganz bewusst werden hier oben sind welche also wir halten gerade ist mit ihr mit zwei leuten nicht einmal sporn bieten für bravo auf und kommen auf einen bändlichen Prozent die alle rein wo Prozent nächstes an die Türen und an die Fenster am besten ich soll ich musste die hätte ich bin nicht unbedingt geeignet für mächtig ich habe für meinen Headset letztendlich die Stromkabel gefunden weil genau das neben die Tür jetzt habe ich gerade eingesteckt und bin erschossen worden und musste aber feststellen dass beide Geschütze in der Lage waren ich kann nicht mehr hin es ist richtig schwer dahinter ja das stimmt das ist jemand noch den Westgamer beteiligt hat er schon wieder dachte er war weg ja habe ich auch schon wieder da der sagt wahrscheinlich immer zu seinen Eltern ich gehe jetzt ins Bett ich muss doch was downloaden dann schalten sie kurz mit dem Strom ab um zu testen ob es ernst meint er ich spiele jetzt über das Laptop da kann es mir egal sein was was Leute da У da ist ein wie die Mikranath mich getötet hat welches ich warte letzten Sani ich glaube wir müssen hart jetzt rein in die Türen mehr in die Richtung Christian am besten stecken sie vielleicht die Stufen also bei Bravo ich wäre nicht so viel los mach du kämpfst du schießt du mach irgendwas ja das krieg hast du automatisch gestützt dann Ne ich hab es irgendwie geschafft ich habe ein alter wie viel zieht denn die schroflinte bei einem max ja ich kann mir noch mal mein personal im buch wo ist mein bimbo der mutter liegt am türrahmen ja du hättest kommt du bist gerannt bleiben du hebst die ganze seite schild und wer ist schießen müssen ich habe dich doch geheilt okay wenn ich acht und granate heißt das acht und granate nicht alle in der granate stehen bleiben die kanade schließt und nimmst du jetzt nix für eine ausbeschaltung gestoßen es wäre echt toll wenn ich mit gruppen rennt weil das ist die wahrscheinlichkeit dass ihr sterbt viel geringer erlaubnis 1 2 mit spielertanung zu benutzen um feinde zu markieren ja genau kann sie noch einfach die armbus mit spotter fallen das wird er sowieso sehr ließ kann man hinter der märkte ja irgendwie hier oben mit durch den bekommen besuch viel besuch ja also ich bin ready gut du bist als max vielleicht an die tür vor weil du hast mit shotgun die ist hier hinten ziemlich kurz los uns draußen ist auch einer da jetzt kommen wir dann bravo ist doch hier ja da müssen wir erstmal durch aber die stehen hier direkt vor der tür das gibt sich ja voll reingehalten hat scheiße ja ich bin tot ich komm weil die stehen hier gleich links ich würde am liebsten rausgehen habe ich hab gleich abgeballert ja ich riskiere mal was futter pass mal auf ich steige jetzt recht durch den türrahmen und geht danach links ok wir sind zu 38 prozent unterzuhören ja und jetzt habt ihr eure herausforderung der granate ja und jetzt können wir auch endlich mal zeigen ob was blicken oder nicht das ist das gleiche ich nicht zeigen ob man es blicken oder nicht und dann braucht uns vor pushen unsere eigene Bouncing Betty hat uns getötet also mit blieben ist heute nix drin ist alles verbracht solche Bouncing Betty möchte ich nicht in einem Haus sind ach wo zu bleiben stehen ja wir wären gerade überrannt es hat nachher ich habe ich auch nicht mehr ich muss weg eine Restnade hat irgendjemand eine Restnade hier Jumbo ja man die ist mir bloß herkommen noch einer geh mal weg Jumbo ich wolle Granate die wollen hinten durch oh Gott mehrere drei ich muss ich muss ja die kommen auch von unten geh weg Jumbo ich darf noch eine Granate ich hab nämlich dazu erwischt was unten Max so ja unten Max oh Gott andere ist da unten äh unten A ist dritt unten kommt sie rein ja sind drin so den Max oben kommen sie auch rein die Max die Max die Max verlassen jetzt nicht scheiße ich bin auch so ja oben kamen auch fünf Stück walsch hier nicht zu mir bist du wegen da fuck sorry Dark ey sag mal ich krieg da keinen Down Max kommt Treppe hoch ja geschissen wird diesen auch in der Überzahl ja scheiße C4 so am besten wollte ich sagen nochmal probieren nur diesmal das brauche ich gar nicht zu probieren wir sind nur unterzahlen so jetzt bitte mal jetzt ist der Zeitpunkt wo es nicht mehr einfach so ist der Punkt wo man herum screamt in der Gegend jetzt da bisschen ernst bitte ok jetzt bin ich auch ok so wir probieren eine andere Base das hat gar nicht so toll funktioniert tot war gut es war gut nur so lernt man es ja ja was bringt uns wenn wir Base halten und keine Gegner sind so hätte man das man so nicht machen muss ehm na gut ich habe genug Ding für eine neue Galaxie wenn er unbedingt Quartz Rich Captain nochmal probieren wollt machen wir es genauso wie wir es jetzt hätten tun sollen sag ich jetzt mal ja nein zollt uns ja was heißt es soll ich diesmal wieder soll ich dir nur medic gehen vielleicht ich will medic machen also wollte ich nochmal diese Base hier angreifen oder was ja genau ich bin momentan noch als bei da ne ich würde sagen dass pro eingang zwei max zwei engine und ein medic mindestens sind so wie sie jetzt gemacht hast machen wir es nicht mehr also der punkt ist ihr dürfte einfach nicht eure posi verlassen das geht jetzt besonders an die max einheiten wenn er einmal die tür frei ist dann ist sie frei ok ich stand bis zum bitteren ende genau so gehört du hast die also die ganzen max und haben immer einen partner der hinter ihnen steht und repariert jetzt schauen wo soll ich jetzt noch meine max nehmen achso ja deuten wir es nicht so machen dass nur leute von alpha in der alpha galaxen und nur leute von bravo in der bravo gehen ja wenn wir auf 2 wenn wir gerade oben angegriffen beim northgate ja gut dann gehe ich rüber ich gehe mal kurz beim northgate wenn wir da angegriffen schon ganz wichtig wäre trotzdem dass die truppverteilung innerhalb des truppes passen würde denn ich habe jetzt genau nur eine motor wir brauchen immer noch keine leichten bin doch dabei und japo auch keine heavy bravo dragon bucket würdest du bitte von spion wechseln weil den könnt ihr gerade echt nicht geboren wo seid ihr gerade warpt wir versuchen es wieder zu ähm japo ich nehme sie eine max mach heavy oder max ok dann muss ich mal gucken wir waren an der basis nämlich jetzt schon angegriffen also wir müssten noch haben sie den punkt da nicht die hatten denn gerade was für ein glück gerade in dem moment wo ich mich jetzt ähm in meiner galaxy habe ich jetzt einen ingenieur ich bräuchte noch eine max passt habe ich auch ich habe einen zweiten ingenieur dann brauche ich noch eine max noch eine max äh wir haben zwei randoms in der bravo galaxy ja und was haben wir wir haben wir haben drei ingenieure kauft ihr nice warte dann nehme ich halt auch noch weil wir haben ja ich hätte so ein bisschen quatsch gedacht das kann kein heavy doch ich sollte heavy nehmen doch er kann heavy nehmen wenn er nichts anderes nimmt so gut so gut loggenjumbo macht sich schon mal bereit ich darf dann auch den drop ansagen und wer nimmt mich jetzt eigentlich von hinten wenn der weg keiner äh definitiv keiner sagen wir es mal so zu vorte dich es ging schon los falls ihr es nicht mitbekommen habt ok